Hier sind wir im ersten Stock, ein ganz normales Standardzimmer. Also die sind auch alle so aufgebaut mit einem offenen Bad. Da gibt es keinen Unterschied. Sind alle gleich? Genau. Super, toll. Wer mal gern in einem Kloster übernachten möchte, ist hier genau richtig. Nicht noch der alte Koffer vom Vorgänger da. Und unser Gefahr im Bett im Schrank drin. Ah, das ist alles Kinderbett. Genau. Ah, schön. Allerdings nur maximal 1,75 Meter lang. Okay. Ja, aber schön. Vierbettzimmer hätten wir jetzt gerade gedacht, oder? Doch, doch. Sieht toll aus, ja. Mindestens alles Vierbettzimmer. Alles Vierbettzimmer. Mindestens. Wir haben auch noch ein paar Sechstbettzimmer. Ah, okay. Und die Kutte darf man dann anziehen? Von mir aus? Nein, nicht mir jetzt, aber die Kunden meine ich. Stunden. Ich bin hier. Però, weil ich weiß.